Hey Leute, ihr seht, wir spielen wieder Leute mit Abos und Freunden. Mit dabei ist der Daniel, der Stefan, Keine alte Sau wird Jungling. Die Niki und der Sören. Grüß euch. Wir spielen Morgana, Esrial, Sona, Xin Zhao, Wladimir und gegen das Verliererteam bestehend aus Blaze East 4. Bin ich da. Ja, Adi, Nidalee, Blitzcrank, Lizzyn und Jaximus. Du hast es vertan, das ist eindeutig nicht Blitzcrank. Blitzcrank ist nicht dabei. Ich stehe auch da. Definitiv nicht. Nee, eindeutig nicht. Es sieht auch nicht so aus. Nidalee ist übrigens da mit Warn. Ach und? Ich wollte es nur erwähnen. Damit die Niki man sieht, wie neustig Nidalee spielt. Hausmädchen Nidalee. Wieso kriegt man eigentlich so gute Gegner? Wer ist hier so gut von euch? Warum haben alle einen Skin außer ich? Die nächste Frage. Ja. Nee, ja doch alle. Doch, du bist der einzige ohne. Warum spielst du eigentlich mit Stürmer, Esrial? Das mache ich drüber. Schämst du dich gar nicht? Hä? Warum du mit Stürmer, Esrial spielst? Das ist doch mein Skin. Äh. 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 Aha. Mhm. Ich brauche Mana, so. Ohne Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ach, scheiße. Mein Chat ist disabled. Die eine hat geschrieben, oh mein Gott, das ist ein Riotler. Ein Rialer. Das war... Dich für dich. Das war genau deswegen. Ah. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versorgung. Ich dachte, du schickst ein Autogramm, wenn sie uns gewinnen hast. So. Können ja vorbeikommen. Können sie mit uns reden. Nee, bitte nicht. Ach, nee. Oh. Was machst du da? Dalu? Bleib geheim. Dalu spielt seinen richtigen Champion mal. Den Grafen. Ja. Die Vasallen sind erschienen. Ich soll einfach das Maul halten. Soll ich wieder pullen, oder? Nicht rum. Soll ich wieder pullen? So selbstverständlich beim letzten Mal. Oh ja. Ich muss ja noch. Können wäre es auch mal, den quasi smiteless machen zu können. Machen wir doch. Machen wir doch. Ja, in der letzten Runde genießt nichts. Da wurde der Wunsch auch nicht geäußert. Echt? Musst du schon sagen. Eigentlich ist es der Standard. Ja, aber wenn man sich das nicht wünscht, dann kann man ja alles hinterblasieren. Oh, guck mal, die Gräfin ist sogar oben. Oh, die Gräfin. Cracks? Oh, das ist was. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Über wen? Wer unten ist, aber jetzt weiß ich's. Ja, Jake's und Unbekannt. Wer mag das wohl sein? Definitiv nicht, Blitzcrank. Ja, das muss irgendjemand anders sein. Ich hasse alle Charaktere, die springen können. Das sollte man verbieten. Wenigstens kann der googeln. Das können die wenigen. Bald, weiß er alles. Hallo? Was, wäre kein Google? Ich werde mich noch verhören. Oh. Ach ja. Der Blitzcrank stimmt irgendwas nicht. Ist ja nicht Blitzcrank. Was für'n Blitzcrank? Ich sehe definitiv keinen Blitzcrank. Die heilt sich auch. Unverschämterweise. Finde ich aber nicht nett. Ne, ich finde das auch unfair. Das ist unsporniges Verhalten, aber top. Sich selber zu heilen. Klingt besser. Noch ne Lisa. Der Lee ist bei mir. Ich möchte dich nicht anfreunden. Ne, der wollte nur Ari deffen. Sonst wäre sie jetzt tot gewesen. Der hält jetzt die Mitte so lange, bis Ari wieder da ist. Dann muss ich wohl auch mal back gehen. Ist dein Schild geploppt? Blitz? Ja. Ich glaube nicht. Ich rödelt nicht rum. Mitte Miss. Und auch. So, der ist doch definitiv nicht Blitzcrank. Was hat denn das damit zu tun? Ne, der ist da. Das ist Rosser-Logik. Der andere ist doch zurückgekommen, oder? Ne, wir sagen Bot ist Miss. Da kommt, da kommt ein Lee zu euch. Mitte ist wieder Reh. Oh, der hat zu den zweiten Dolans geklauft. Die treffen aber auch alle richtig gut heute. Erstes Blut. Jo. Nein. Raza. Raza. Was denn? Fade? Das war ein bisschen schwer, aber ich beim... ... ... ... ... ... ... ... ... alle gehaltlich hatten schicke haben können das ist nicht wahr nicht mehr nach ist klar auch der kommt auch noch an ja klar der hat's in dir bottom abholen können du reagierst ja nicht neben einem kampf oben was soll ich denn machen nach unten Du hast es nach unten hinterher geschoben noch So jetzt haben wir genug getrollt jetzt fangen wir wieder reti an hier ne Ah tata blue ich bin unterwegs ich muss nur eben hier einmal hier super machen So ich komme nach unten Klasse Dann auch ne pinken stellen Haben wir eigentlich den Jungler? Ne ne? Sie geht sich auch gerade drüber abholen Schwer zu euch gerade drüber den Jungler? Ich will ja keiner schicken Er war sich nur nicht sicher ob wir einen haben, mein Gott Aber es ist eh geworden bei euch unten Ja drüber stehen Mit dem Mist Ach da ist er ja Ach der ist ja die schon wieder Ey Die kommen nach unten oder so Mit der Art Gott miss Ari geh nach oben Die läuft gerade runter Ne Ari soll nicht nach oben gehen ich habe hier schon ein Problem Ari bleibt Mitte Ich komme nach oben Ich bleib Mitte Yay Ach man Ach da springt die auch noch raus ey Ja klar komm her Alter ist jetzt gut machen wir hier ey Alter kommt zu dir Oooo Stirbt die jetzt oder stirbt die nicht? Ja die ist gestorben Gott sei Dank Die Maliszini nicht auch noch? Ne der ist noch voll Also ich kann nicht herangehen ohne dass er mich anspringt und tötet Ja komm 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 Na scheiße Wie weiter geflogen ist, er hat noch ein Wort hingesetzt, damit er noch weiter springen kann. Das ist aber irgendwie unglaublich. Ja, aber nicht bis zum zweiten Tower. Warum nicht? Weil das scheiße ist. Der ist ja überall. Der ist ja überall. Der verarscht uns. Das ist der Superlord Frost. Superlord Frost. Wollen wir jetzt auch nur ulti. Zim gehen wir mal oben helfen, glaube ich. Der Dalu ist gleich tot. Oh, nein, Mitte, unten, jeder fragt. Der Jungle ist immer schuld. Hä, haben wir einen Jungle? Ich habe gar nicht gesagt, dass du mitkommst. Drei vor drei. Oh, Dalu, du bist tot. Oder du killst sie. Passiert, glaube ich, aber nichts. Oh, das passiert nichts. Da ist mal jedem Wort kaputt, der gibt extra Geld. 500% Heal. Boah, der ist ja. Jetzt ist das dein Ding. Ich glaube an nichts zu finden. Wo die niederlehen? Da. Wie weiß es eigentlich noch, ne? Bitte, Mist. Jetzt hol den. Oh, nein, da ist sie. Ja. Also, die spielen echt gut. Was ist das schlimm, wie die uns bot verarschen? Fuck you. Fuck, ey. You win this time, Riddler. Wo ist die Mitte hin? Die erwartet mich doch gleich, dass ich hier wo hinkriege. Nein, die ist auch top. Ach so, ja, dann ist ja gut da oben, ne? Alles bestens, ne? Lag jahrelang hier in so einem Sarg. Kann man sich nur mit einer Frau an. Kannst hier eine gerne mal wieder abholen. Kannst hier auch mal... Oh Gott, jetzt bin ich allein. Runter. Komm. Runter. Runter. Das sind nur nur zwei Frauen, das schaffst du schon. Oh, ein Lieb. Nichts kannst du da oben alleine. Ne, nicht gegen die Baume. Ich stehe ja schon am Tower. Ich kann ja nicht weg. Oh, die kommen mir gleich entgegen. Ich sehe schon. Xen, bist du da? Nö. Gut. Ach, guck mal, wer da ist. Pass auf, Nidalee hat schon so viel AP auf Level 1. Ich habe ein Schild. Oh. Nidalee ist wieder, boah. Ach ja. Der ist beim Dragon. Nur mal so. Ich habe dann meinen Qualen teilt. Wechseln wir da. Gib mir deinen Speer, ich gebe dir meinen. Du gibst mir deinen Speer. Fang an zu reimen. Ah, ne, der hat dann nur eine Board gestellt. Ne, aber meint. Ich habe X in das Video. Das ist ja. Nein. Ich denke, wir haben auch keine Reise. Ich glaube, wir werden gleich wieder gedeifed. Wir haben Creeps. Oh, wir haben keine Creeps. Schön, Runder. War gut, oder? Pass auf, Jax kommt. Ja, war gut, ja. Warum selbst arbeiten, wenn der Tauro für einen arbeiten kann? Ich habe keinen Mana. Ich würde ja irgendwas machen, aber ich habe leider keinen Mana. Ich konnte auch nichts machen. Null. Das gibt es doch gar nicht. Die Sim kommt auch. Da, Lu. Ich habe noch ein Schild. Mehr kann ich nicht machen. Dann gib mir das Schild. Geht nicht, wenn du unsichtbar bist. Ich konnte es nicht anvisieren. Tut mir leid. Der ist mal so bluten. Das Fangstil ist so brutal. Da sind welche bei unserem Blue. Ja, dann. Ich habe es, ich habe es, Blue. Nein, doch nicht. Der hat er das gar nicht. Der andere hat das. Nein! Mit dem schönen Kick. Wie hat er mich denn gesehen? Jetzt musst du hier am Watch stehen. Irgendwo. Ja, toll. Was soll ich jetzt an Schaden machen? Ich habe nichts. Kau, Kau, Kau. Kau, Kau, Kau. Wer ist eigentlich der Feater bei uns im Team? Sören, ah ja. Anwesend. Wir wurden auf der Camp. Und jetzt Blitzcrank, ne? Blitzcrank. Äh, Mitte 3. Ja, bis dahin ist der Tor weg. Wir sollten vielleicht auch mal Tummel zerstören, ne? Ist ne Idee. Warum? Geht doch auch so. Vielleicht war wir hinten liegen. Komm, hol uns Jax. Ah, Nidalee ist wieder oben. Jax oder Blitzcrank? Wen wollen wir uns holen? Der ist noch im Weg hier. Ich hab keinen Exhaust, keine Ulti. Ja, Jax holt ab. So'n Schild. Bring ihn um. Geht doch. Alles gut. Die kommen jetzt alle runter. Also ich würde an deiner Stelle verschwinden, Alex. Ich hau ab. Von wo kommen die denn? Von irgendwo seitlich. Von wegen Speer geflogen. Wette ich mit euch. Ne, die waren noch oben. Die sind auch schon ein bisschen her. Ah. Betroffen. 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 Achja. Ich hab sie mal durch gesehen. Aber wir haben eigentlich nicht Stundenglas geniust gerade. Weiß ich nicht. Ok. Ich vergesse es immer, wenn ich das habe. Ach, die pushen in die Mitte. Das ist ätzend. Die pushen sowieso alle Lanes irgendwie. Ist ganz schlecht. Geh mal rein. Soviel dazu. Nein, jetzt dreht die auch noch um die. Boah. Dieser Lee, ne? Der jetzt taucht immer auf, das ist. In dem Fall war es Jax, aber es macht ja nichts. Niederli kommt. Der Lee kommt gleich angesprungen. Vorsicht. Komm rüber, ey. Jax pusht Mitte. Das fehlt kein. Ja, was soll ich denn da machen? Der stirbt doch jetzt, oder? Nein. Niederli will den hochheilen. Ah. Ja, die waren nicht in der Nähe. Ja, die waren nicht in der Nähe. Das ist jetzt nicht, war Mitte dafür. Ist ja nicht, als hätte ich es nicht gesagt, aber... Oh, Jax pusht mit. Ich glaube, Inge hat gesagt, was soll er denn machen? Ne, was sollen wir denn machen? Und Klaus hat mir auch eine Kill. Wer jetzt nicht gekommen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht, aber... Ich hatte alles draußen, was ging. Ja, toll. Ich warte jetzt, bis mein Schild abgelaufen ist und dann bin ich tot. Mach noch Damage oder so, wenn du kannst. Schmeiß was. Ich kann ja nichts machen, ich hab ja nichts. Stundenglas. Stimmt, Tasse. Zu spät. Ja. Entschuldigung. Ich vergete das Stundenglas immer. Das ist... Ich weiß gar nicht, warum ich das kaufe. So ein Pro-Skill hier. Stundenglas. Ich bin halt nicht Pro, das ist das Problem. Was habt ihr dir auch so gefeedet? Rizzcam kommt. Er grabt euch, er grabt euch, er grabt euch zu Tode. Ah, hat er einen. Dalu kämpft, ich bin wieder da. Aha. Hast du das gewonnen? No, falschen. Jetzt grabt er mich gleich. Geh mal hinter mir. Nein, du solltest vor mir gehen. Nimm doch. Stundenglas. Läuft, alles gut. Stundenglas getroffen. Ich werde mich noch retten. So viele Möglichkeiten, nicht gestunnt zu werden. Nein. Das ist nicht wahr. Ja. Wie die hochgeheilt wird, aber sie ist trotzdem tot. Ja. Ah, bis geht's. Wer lacht. Und seit den letzten zwei Minuten sind meine Stats auch wieder gut. Ja, jetzt sind meine schlechten seit den letzten zwei Minuten. Ich hab so schon 6-2 gestanden. Ich hatte 0-3. Ich will'm retten. Ich will'm retten. Wollst du nur Creeps haben, oder? Ich will's dann mal gucken gehen. Oder Drake. Wer war mein Blue? Wie geht's zusammen, Drake? Der springt gleich über der Wand und ist er weg. Geflash geused. Hm. 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 Keine Ulti. Ähm, ich muss mal anders rumlaufen gerade. Der Garni ist hinter uns. Blaze. Oh nein. Das wurde's auch noch gesehen. 30 Sekunden ist okay. Okay. Steht im Board, um uns rauszuziehen. Schon ein Glas? Hab ich ja. Schon aktiviert. Ich kill mich trotzdem noch hier. Frechheit. Aber 2 für 1 ist okay. Ja, aber Liebel zum Dingens. Ja, zum Inheep. Ja, Inheep. Inheep. Komm. Schafft er alleine nicht. Ah, hier hat er sein Ward. Ja, ja. Ja. Bitte gib mir nur ein Wort. Kommst du? Xin. Na, der reagiert nicht. Wir haben ja keinen Juggler. Ich hab's vergessen. Nein, der ist wirklich nicht da. Ein Klier gegen drei Wölfe. Da muss man sich konzentrieren. Ja. Lass mal beim Waze in Ruhe hier. Nö. Wie gesagt, ne. Die Aufnahme wandert auch schon wieder in den Mülleimer. Du bist, wenn du. Kannst du jetzt gehen? Ich bin Til. Euch gehört. Ah, schade, wenn das dann getroffen hätte, hätte ich glaube ich gereicht. Oh, Nidalee. Oh, Alex. Boah! Was denn? Alles easy. Doofen Mann, doofen Mann, nix hat mehr. Zu viel. Und ihr kämpft da oben gegen einen und schafft es nicht. Nein, wir kämpfen nicht. Ihr haut ab, ja. Super. Drei gegen einen, keine Chance. Lassen Sie. Ah. Ich habe vier von euch weggehalten und ihr macht es nicht in einen, nicht tot. Das ist Nidalee. Na und? Ja, jag mal Nidalee. Müsst ihr aus eigener Erfahrung schon kennen. Ah, es geht easy. Braucht nur 40 Stunts. Ihr müsst alle Zeit gleich treffen. Der tolle Schatz, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Oh, war knapp. So, jetzt aber. Killt doch mal Nidalee, der ist auf Level 12. Ja, Alex will uns beiden. Er weiß nicht mehr, was wir. Oh, da gab es Speer, habt ihr gesehen? Ja. Checks. Checks, 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 Checks. Jürgen fängt Speerig. Ich will sein Leben gern. Ah. Ich habe so einen Klaus noch einen Kill. Top play. Ja, da pushen sie so top, ja. Bei Rana ist wieder ein Business. Sollten was gegen die Pusher tun. Nein, die pushen ständig. Ich finde sowas auch nicht schön. Und Ruzz ist wieder allein. Ja, ihr habt euch weggefordert. Ich komme ja nirgendswohin mehr. Das ist echt unfair. Oh, fuck. Ja, die sterben jetzt. Schön. Schön. Der mit dem Wegesnapp frisst den Speer. Du müsstest ihn auch ein bisschen dämpfen jetzt, ne? Wie viel Speer kann die hintereinander werfen? Die nimmt das zu ernst mit einem Vampirenflot, bin ich ernsthaft. Ja, ich glaube auch. Ich komme. Oh, ich bin begriffen. Ja. Warte mal, ich push mal kurz zurück. Da, los, da, los, Angriff. Ach, zu mir kommt's auch. Und alle rennen vor mir weg. Alle, bis auf der Speer. Hör dich nicht rum. Oh, dieser Jax. Und Sprung. Ja. Da musst du immer ein Wort dabei haben. Nee, weil jetzt kein Wort, weil jetzt... ... die Charaktere. Nee, das war jetzt aber vierfach gemoppelt. Oh, mein Gott. Sperr auf du. Nicht hinter Blitzkriegherrin. Nein, 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 nein. Sack, sack. Und überall. Gell. Wofür sind denn das? Und mehr als fünf. Nein, ich bin gefleckt. In 30 Sekunden habe ich Ur-Pi. Ich auch. Ich bin endlich nur. Oh, oh. 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 Wir haben die Stücke gegeben, auch mir. Okay. Die kriegen wir nicht, die Läder. Nee, kannst vergessen. Drake machen oder so. Was willst du für einen Bug gefixt haben? Ein dummer Spruch. Achso. Kann man nicht fixen. Wir haben mal Zeit für einen Tower, oder? Was? Nee. Warum? Das machen die Teams jetzt alleine oben. Guck mal. Schade, die Creeps mussten nicht den ersten Tower alleine machen. Verdammt. Erst hier mal? Ich glaube, der Blitzkrieg traut sich zu viel zu. Der Mana ist weg. Ist auch weg. Ja. Bot, 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 Bot. Blatt. Wie bitte? Gott. Warum kürzt ihr meinen Namen immer ab? Morde, Blatt, Dalu. Hey, Dani. Einfach nur Dan. Anstatt Daniel. Machst du nichts dagegen, wenn wir dich Dan nennen, oder? Was los, Rathamon? Rathamon, ja. Ah, ich mach erstmal hier Bot und dann kommen wir zu euch. Ich bin verliebt. Geil. Mach's nennig. Die sind so scheiße schnell, ich hasse sie. Oh, 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 oh. Oh, Geblitzkrieg hat nicht getroffen. Alles ist gut. Er soll mich reinziehen. Ich bin immer so nass. Lass mich vor. Ich lass mich drehen. Kauf dir mal Schuhe. Da hast du den. Vielleicht kommt der, vielleicht kommt der, vielleicht kommt der, der Dings jetzt. Komm schon, hier bin ich doch. Nimm mich doch. Du wolltest reinflashen in den Haken. Komm schon. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Alex, verpeil. Ja, ich war nicht schnell. Die waren zu langsam. Wie der auf jeden Fall wieder rausflascht, ne? Jawohl, da bin ich. Und dann das Ultimeis, wo keiner ist. Oh, die Wichtigste von allen. Die Wichtigste war aber gar kein Schaden. Fidali. Aber allein die Anwesenheit der Ulti hat alle wegrennen lassen. Ja, das stimmt. Aua. Oh, Scheiße, ey. Nächstes Jahr nehme ich den Ring für. Aber eine Kuh hat noch getroffen. Oh, die Sperre, ey. Die gehen aber natürlich alle durch und treffen mir auch mich. Jetzt hätte ich fast schon wieder in einen reingerannt. Ja. Kein Problem. Sollen wir dann noch weg? Wir sind jetzt auch wieder da. Ach, weiter. Vorwärts immer. Vorwärts immer. Oh, die. Hinterher. Du musst dranbleiben. Fast schon. Ich helfe Danu irgendwie. Ich hab, ich hab nix. Tower machen, Tower, 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 Tower. Ja. Lass mich mal hoch, Leech. Ups. Killed ihn doch eben noch. Oh, jetzt können wir weg. Oh, kein Problem. Jetzt kannst du schreiben, Riot Latt owns you. Oh, der geht um. Flass. Where you flass? Why? Weiß ich spiel doch gar nicht mit. Weiß ich spiel doch gar nicht mit. Vielleicht ist das hier ein Blitzcrank. Welcher Blitzcrank? Weiß ich nicht, hab auch keinen gesehen Oh man Ich glaub, der kommt zu mir hoch Das hat den Nacken gezogen Kniff hier mal bitte einer Da kommt jetzt Lee's da irgendwo, ne? Oh, hinter mir ist Nidali Ich bringe Nidali mit, hi Der ist aber ein blinder Mönch Und kühlt ihn doch einfach Jetzt hab ich nicht mal einen Assisten, das ist ne Frechheit Ah, Jax, Jax, Jax Jax, ich komme Toll, jetzt rennen meine Ladys hier vor mir weg Machst du was oder nicht? Perfekt Nein, der wird sich auseinander nehmen Halt mal den Jax bitte auf einer Leute Auf zu chasen Base Weiter chasen So komme ich nicht Base, wenn die mich hier ständig angreifen Dann los, ab in die Base Die Ich wollte ja aber Ging ja nicht Da war ich Nidali Oh, jetzt werde ich hier durchgezogen gleich Nee, aber du fast Oh, jetzt greift mich der Dragon an Ey der Der Was ist das für ne Scheiße Weil der Stress für Jax und wo ist er, ist er gar nicht da. Das ist ja niemand. Ihr wollt das Spiel wirklich verlieren, oder? Die müssen gerade Base verteidigen. Nur damit die sagen können, die haben gegen einen Rioter gewonnen. Ja, nur deswegen machen wir das. Ich will das Spiel nicht verlieren. Schon allein deswegen. Die darf nicht, steht so in ihrem Vertrag. Sie dürfen nicht verlieren. Christlose Kündigung. Das war wieder die Farm-Ulti, hast du das gesehen? Ich flog sie durch die Mitte durch. Kannst du Baron Borden? Warum wirklich? Ich hab Hunger. Dankeschön. Bitte. Mach ihn fertig, er ist blind. Achso. Guck, er weiß gar nicht wohin. Ist mit dem Jax gesprungen, das reicht doch. Mach mal Battle Dragon kurz. Er ist nicht da, okay. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen überraschend geklappt auf mich. Ach, so kann er wegen nicht auf mich springen. Ach, Schock. Ne, der lockt euch nur raus. Nein, der lockt uns nicht raus. Ich hab einen Kee. Ja, was? Wir haben zu spät das Schlüge, oder? Easy. So ein bisschen. Ja, tschüss. 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 Tschüss.